Gegen 19 Uhr fuhr der 77-jährige Niederländer mit dem Lkw auf der Pürnautobahn Richtung Graz. Kurz nach der Ausfahrt aus dem Kleinalm-Tunnel kam der Anhänger des Lkw-Zugs aufgrund eines technischen Gebrechens ins Schleudern und touchierte die Leitschiene. Der 77-Jährige hielt daraufhin auf dem Pannenstreifen an und stieg gemeinsam mit seinem 58 Jahre alten Beifahrer aus. Während der 58-Jährige einen Notruf absetzte, kletterte der Lenker über die Leitschiene und ein Geländer, um dort zu urinieren. Dabei geschah es, der Mann rutschte aus. Zunächst konnte er sich noch an einer Querstrebe des Geländers festhalten. Der Beifahrer eilte sofort zu Hilfe und versuchte, den 77-Jährigen hinaufzuziehen, jedoch vergeblich. Der Niederländer stürzte rund 25 Meter in die Tiefe. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Beifahrer wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut.